Hallo zusammen, Kamera Kaufempfehlung, Stand November 2021 und zwar die gesparte unter 1000 Euro APS-C Kameras. Mal ein zweites Video zum Thema Kameras über 1000 Euro. Dieses Video ist gesponsert von Fotohama, dem Fotoladen, wo ich tatsächlich meine Kameras und Objektive und so weiter kaufe. Die sitzen in Bochum, haben ein sehr nettes Team, die auch selbst fotografieren, wo man mal hingehen kann, meine Kamera in die Hand nehmen kann und sich auch mal ein bisschen beraten lassen kann, Corona-konform halt. Also kann ich sonst grundsätzlich sehr empfehlen. Und jetzt zum Black Friday, da haben wir ja gerade, machen die auch so eine coole Aktion, wo man sich so ein bisschen wünschen kann, was man gerne hätte und kriegt dann ein individuelles Angebot und so weiter. Also da vielleicht mal vorbeischauen. So, in diesem Video werde ich ein bisschen darüber reden. Ich erkläre mal erstmal, was macht eigentlich eine gute Kamera aus, so allgemein, meiner Meinung nach. Alles meine Meinung, man kann eine andere Meinung haben, aber ich begründe das. Dann sage ich, was sollte man noch so ein bisschen dazu einkalkulieren, selbst wenn man es nicht gleich am Anfang kauft, also so welche Objektive und so was. Und dann gebe ich natürlich auch ein paar konkrete Kaufempfehlungen für die verschiedenen Systeme. Was macht eine gute Kamera aus? Die gute Nachricht ist, man muss nicht mehr eine 4.000 Euro Kamera kaufen, um eine gute Bedienung zu haben. Das gibt es tatsächlich auch schon ab ungefähr 1.000 Euro. Nichtsdestotrotz muss man natürlich ein ganz klein bisschen Kompromisse machen, aber wie gesagt, nicht mehr Furcht befehlen. Ich sage mal ein paar Funktionen oder Dinge, die mir persönlich sehr wichtig sind. Ich habe die Nikon Z50. Die hat vorne und hinten ein Drehrad. Früher haben das nur die Profikameras gehabt oder die, sagen wir mal, die teureren Kameras gehabt. Inzwischen hat Nikon das auch hier eingebaut. Finde ich sehr, sehr, sehr praktisch. Außerdem habe ich Touch. Ich kann also alle Funktionen auch sehr einfach über das Touchmenü einstellen. Sehr, sehr nice ist, dass Sie hier einen Button haben. Das ist ein Magic Button. Der ist dafür da, ich kann umschalten zwischen nur Display, nur Sucher oder halt Automatik. Das braucht man nicht oder man kann sich einen Function-Button programmieren natürlich und so weiter, aber es ist halt vorgesehen von vorne raus. Also an dieser Kamera muss ich nichts umprogrammieren. Während Sony-User werden wissen, mehr Function-Buttons sind besser, weil dann kann man mehr umfunktionieren, damit die Kamera endlich bedienbar ist. Und hier ist sie halt von Hause aus vernünftig bedienbar. Außerdem habe ich hier einen ISO-Button. Wenn ich den drücke und vorne drehe, schalte ich zwischen ISO-Automatik und ISO-Manuel. Benutze ich super viel. Und wenn ich den drücke und hinten drehe, dann schalte ich die ISO-Wert durch. Also ich kann blitzschnell wechseln zwischen ISO-Automatik und ISO 800 und wieder zurück zur Automatik und so. Benutze ich super viel, gerade wenn ich zu Hause mein Kind fotografiere. Ich habe eine dreieinhalb Jahre alte Tochter, die nicht wirklich macht, was ich sage. Und sie fotografiere, egal, drinnen oder draußen, fotografiere ich häufig in Action. Dann will ich eine kurze Verschlusszeit haben. Aber manchmal hält sie auch still. Dann kann ich die Verschlusszeit auch ein bisschen länger machen und dafür weniger ISO-Rauschen haben und so. Deswegen nutze ich das sehr, sehr viel. Ich habe mal ein Video gemacht, verlinke ich noch mal. Garantiert scharfe Fotos, wo ich das erkläre, warum deine Fotos wahrscheinlich häufig unscharf sind und du vielleicht nicht weißt, warum. Das hängt tatsächlich mit dem ISO zusammen. Außerdem habe ich hier eine Belichtungskorrektur. Einen Knopf drücke ich drauf und dann kann ich am Drehrad drehen und Belichtungskorrektur einstellen. Das macht Nikon auch bei den größeren Kameras so. Das ist intuitiv, ist gut zu bedienen. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Sache. Fuji macht das natürlich noch ein bisschen eleganter, indem ich halt hier so ein Retro-Drehrad habe. So ein Retro-Drehrad habe. Das ist die X-T3. Die kostet allerdings aktuell immer noch über 1000 Euro, aber knapp drüber. Deswegen habe ich sie mal dazugestellt. Sony bei den guten Kameras machen das auch so. Ich habe hier oben ein Drehrad. Nicht bei allen. Es gibt natürlich die neue A7 IV, die das voraussichtlich dann nicht mehr hat, aber ein Stück weit doch. Hauptsache Sony ist ja gut drin. Alles mal einfach anders machen. Hauptsache man macht was anders, auch wenn es schlechter ist. Naja, die APS-C Kameras haben das leider so nicht. Man kommt aber ziemlich schnell dran. Man drückt nach unten und dann kann man korrigieren. Also man gewöhnt sich da auch ganz, ganz schnell dran. Und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne Touch haben und so weiter. Und gerne Display. Bei der Nikon ist es so, ich kann das Display nach oben klappen. Das ist super, wenn man so auf dem Stativ arbeitet. Das ist die beste Lösung. Wenn man so auf dem Stativ arbeitet, ist das die schlechteste Lösung. Weil gerade bodentief arbeiten auf dem Stativ. Oder ich fotografiere meine Tochter häufig auf dem Boden, also sehr tief. Dann muss ich mich immer daneben auf die Seite legen, damit ich was sehen kann und kann dann halt nicht gut gucken und so weiter. Das versaut mir häufig Fotos, dass ich eben, wenn ich das nicht habe. Das haben die Sonys halt leider nicht. Also nicht anders. Was die Fuji da sehr, sehr gut macht, da habe ich das auch. Dann kann ich aber einen Knopf drücken und dann kann ich hochklammen. Geht man das? Das heißt, jetzt kann ich bodennah arbeiten oder generell hochkant arbeiten. Super Funktion, die Nikon auch übernommen hat für die neue Z9, für die Profikamera von Nikon. Äh, 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 Entschuldigung. Schätze ich total, meiner Meinung nach, die aktuell beste Lösung so. Weil man hat so ein bisschen Beste aus beiden Welten. Es gibt natürlich Kameras, die haben ein Klappdisplay, das man nach vorne klappen kann. Das ist jetzt die A7C von Nikon, von Sony, die allerdings deutlich über 1000 Euro kostet. Äh, die hätte das also auch. Es gibt auch andere Einsteigerkameras, die das haben oder günstige Kameras, die das haben. Panasonic zum Beispiel ist da groß drinnen, bei den Micro Four Thirds Kameras, dass sie solche Sachen haben. Ich filme mich jetzt mit der A7S III und ich habe eben ein Klappdisplay. Ich sehe mich jetzt, was ich als Filmer natürlich total schätze. Als Fotograf brauche ich das nicht. Ist aber auch ein bisschen eine emotionale Sache. Und dann noch Griff. Ich habe hier bei der Nikon einen sehr, sehr großen Griff. Die Kamera liegt total gut in der Hand. Da habe ich überhaupt keine Angst, auch mit meinen dicken Wurstfingern keine Angst, sie fallen zu lassen oder sowas. Auch mit meinem größeren Objektiv dran. Da bin ich ein großer Fan von. Bei den kleinen Sonys ist das sehr viel weniger, aber immer noch gut genug. Also, der ist besser bei der Nikon. Der Griff liegt besser in der Hand, aber der ist bei den Sonys auch gut. Bei der Fuji ist das traditionell nur ein ganz kleiner Minigriff. Also sieht man das. Da ist ja ein kleiner Unterschied, was den Griff angeht. Es gibt aber sowohl von Fuji als auch von Drittherstellern, das ist von Maike, so einen Griff, den man da ran machen kann. Dadurch wird die ganze Kamera ein bisschen größer, der Griff wird sehr viel größer. Die Kamera liegt dann besser in der Hand, zumal der kleine Finger, der passt halt hier nicht drauf, bei den anderen auch nicht. Und mit dem Griff passt dann der kleine Finger mit drauf und dadurch liegt die Kamera viel besser in der Hand. Das heißt, ich kaufe mir extra eine kleine Kamera und dann mache ich einen Griff ran, damit sie größer wird. Würde ich aber jedem empfehlen, total bei den Fuji, weil sie sonst sehr schlecht in der Hand liegen. Es hat ja so dieses Retro-Feeling, das gab es halt früher nicht im Griff, also haben sie das auch nicht. Also kauft man sich einen dazu, damit man die Retro-Kamera ein bisschen praktischer macht. Wenn ich das so sage, klingt das doof, ne? Naja, das wäre so das Wichtigste, glaube ich, was so Bedienung und Body angeht. Dann von den Funktionalitäten her, je nachdem was du machen möchtest, wenn du Landschaftsfotografie machen willst, ist zum Beispiel der Autofokus weitestgehend egal. Wenn du aber vor allem Menschen fotografieren möchtest, vor allem wenn du Kinder oder Tiere fotografieren möchtest, das ist der Autofokus natürlich sehr, sehr wichtig. Und zwar vor allem Thema Gesichtserkennung, Augenerkennung. Ich sehe jetzt, der Fokus liegt gerade auf dem Auge, wenn ich den Kopf drehe, zack, jetzt ist es auf das Auge, zack, jetzt ist es auf das Auge. Das macht Sony besser als alle anderen, bin ich der Meinung. Aber die anderen sind halt auch gut geworden, also nahe dran. Es erlaubt mir gerade beim Thema Kinder fotografieren, erlaubt es mir halt ganz anders zu arbeiten. Ich bin jemand, der braucht einen Joystick. Ich bin bereit, deutlich mehr für eine Kamera zu bezahlen, wenn ich einen Joystick habe. Deutlich mehr heißt nicht 2.000 Euro, aber deutlich mehr. Die Fuji zum Beispiel hat das, die X-T3. Wie gesagt, kostet über 1.000 Euro. Die hat den Joystick. Den brauche ich, wenn ich nicht mit Gesichtserkennung arbeite, sondern mit Punktfokus oder ich habe eine Gruppe von Fokuspunkten, die ich halt verschieben will. Das benutze ich sehr viel und zwar häufig für die interessanten Fotos. Typisches Szenario kann sein, meine Tochter ist im Garten am Himbeer pflücken. Dann steht da so in dem Himbeerstrauch drin und ich will sie fotografieren, wie sie da so hochguckt und pflückt. Dann habe ich ganz viele Himbeerstreuchäste, Blätter im Weg. Dann funktioniert die Augenerkennung in der Regel nicht mehr. Dann nehme ich einen Punktfokus und setze ihn halt auf ihr Gesicht. Ist ja gar kein Problem. Aber ohne Joystick ist es eben doch ein Problem. Das hat man nicht so häufig, weil der Autofokus so gut geworden ist in der Menschenfotografie. Aber es kann ziemlich frustrierend sein, keinen Joystick zu haben. Das würde ich mir ein bisschen überlegen. Aber man hat eigentlich nicht die Wahl. Unter 1000 Euro hat es kaum eine Kamera. Deswegen muss man da ein bisschen leben. Und wie gesagt, es ist nicht mehr so schlimm, weil der Autofokus so gut geworden ist. ISO-Rauschen, also wenn du wenig Licht hast, dann werden die Bilder ja so rauschig. Das ist auch sehr viel besser geworden als früher. Nicht so gut wie beim iPhone oder so zum Beispiel. Die zaubern halt ein bisschen mit der Software. Ist sehr viel besser geworden. Vorsichtig vielleicht so ein bisschen bei Fuji. Fuji ist bekannt dafür, dass sie sehr wenig Rauschen haben. Und fast jeder weiß, dass es eigentlich ein bisschen gemogelt ist. Jetzt sind die Fuji-User wieder sauer, weil ich das verrate. Aber eigentlich weiß es doch jeder. Fuji unterbelichtet. Das heißt, normalerweise, wenn ich zwei Kameras nehme und das gleiche Foto mache, müsst ihr die gleichen Werte einstellen können. Dann müsste das gleiche Bild rauskommen. Um das gleiche Bild zu haben, muss ich bei Fuji ungefähr zwei Drittel blenden. Also ich muss einen Tick überbelichten. Wenn ich das nicht mache, wenn ich das gleiche einstelle, ist das Bild einfach zu dunkel. Dann habe ich weniger Rauschen oder genauso viel Rauschen. Aber das Bild ist zu dunkel. Ich muss es ja heller machen nachher und dann habe ich wieder Rauschen drinnen. Deswegen da nicht blenden lassen. Ich würde sagen, die sind alle so ein bisschen auf Augenhöhe. Egal, ob es nur die Sony oder die Nikon oder die Fuji ist. Das sind so kleine Nuancen, die man eigentlich nicht mehr wirklich sieht, die nicht wirklich praxisrelevant sind. Da sind andere Sachen viel wichtiger. Aber Fuji ist nicht so gut, wie sie behaupten. Und wie die Fans manchmal so ein bisschen behaupten. Sondern einfach auf Augenhöhe. Und nicht ahead. Canon hängt da eher so ein bisschen hinterher bei den APS-C Kameras. Sind auch gut geworden. Aber würde ich sagen, nicht auf dem Niveau von denen hier. Gerade so die Nikon und die Sony. Da kann man, ich habe schon seit so vielen Jahren auch mit Vorgängern schon so viel Milchstraßen fotografiert, Nachtfotografie gemacht. Mit der A6000 schon. 6300 ist dann ein Tick besser. 6400 ist vielleicht ein Tick besser. Vielleicht nicht. Gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Weil es der Sensor einfach ausgereizt ist. Ich glaube, da kommt auch nicht mehr viel. Solange da nicht technologisch irgendwie irgendwas passiert, was irgendwas anders ist. So viel zu den Funktionen. Zubehör. Und mit Zubehör meine ich in erster Linie mal Objektive. Es gibt natürlich auch anderes Zubehör. Wie zum Beispiel diese Griffe, die es halt für die Kameras speziell gibt. In der Regel sind die dann auch für eine Kamera gemacht. Sodass man alle Buttons noch bedienen kann. An alle Klappen rankommt und so weiter. Es gibt auch so etwas als der L-Bracket. L-Bracket ist, das hier ist eine normale Stativplatte. Die mache ich unter die Kamera ran. Und dann kann ich sie auf Stativ tun. Und die gibt es so L-förmig. Dann kann ich die Kamera auf Stativ tun. Oder so rum auf Stativ tun. Für die Hochkantfotografen ist das natürlich interessant. Das macht die Kamera gleichzeitig auch noch ein bisschen größer. Sodass sie besser an der Hand liegt. Die kann man speziell für die Kamera kaufen. Oder man kann sie universell kaufen. Ein Roller hat zum Beispiel so ein universelles. Das passt dann so ein bisschen an alle Kameras ran. Man kommt aber eventuell nicht mehr ganz richtig gut an alle Klappen ran. Und so. Klar. Das ist eine Preisfrage einfach. Aber im Wesentlichen reden wir hier von Objektiven. So Objektive. Das Problem bei Einsteigern ist immer so ein bisschen. Man weiß. Man kauft ja so eine Kamera damit man Objektive wechseln kann. Aber man weiß am Anfang vielleicht noch nicht welche. So. Jetzt wird es ein bisschen schwierig. Ich würde immer empfehlen eine Festplatte. Von vorne rein eine Festplatte. Weil wenn du so eine Kamera kaufst, kauf eine Festplatte dazu. Meinetwegen gebraucht. Aber kauf eine dazu. Welche ist ein bisschen schwierig. Ich arbeite tatsächlich privat überwiegend so. Mit der A7C. Klein und kompakt. Und ich habe das Klappdisplay. Ich habe sehr sehr guten Autofokus. Und ich habe hier dran 28mm 2.0 von Sony. Man sieht es ja. Klein und kompakt. Das ist kleiner als die APC Kamera. Oder genauso groß wie die APC Kamera. Auch ungefähr genauso schwer. APC Kamera hieß ja früher immer kleiner und günstiger. Günstiger ja. Aber nicht mehr kleiner. Deswegen. Diese Kombination. Weil das passt tatsächlich in mein Handhäschchen rein. Zur Not auch meine große Jackentasche. Jetzt im Winter. Ich kann es immer mitnehmen. Dann habe ich sie halt pauschal dabei. Ich gehe mit meiner Tochter spazieren. Nehme ich die Kamera mit. Meistens benutze ich sie nicht. Aber ich habe sie immer dabei. Und dann kommt die große Pfütze. Meine Tochter springt da rein. Und so weiter. Patschnass und so. Und ich kann ein Handyfoto machen. Aber ich kann halt auch das Foto machen. 28mm ist ungefähr das was das iPhone hat an der Hauptkamera. Also super super flexibel. Natürlich ist kein Zoom. Aber super flexibel. Und da kann man jetzt ein bisschen Philosophie hin. Ob nun 28mm oder 24mm oder 35mm. Aber so in diesem Bereich will ich eigentlich irgendwas haben. Eine APC zum Beispiel. Hier die Nikon Z50. Mit dem 23mm 1.4 von Wildrocks. Da habe ich gerade ein Review dazu gemacht. 1.4 ist halt super lichtstark. Das heißt jetzt im Winter wenig Licht. Zuhause im Wohnzimmer und so weiter. Kann man damit natürlich ganz ganz toll fotografieren. Man kann auch schön freistellen. Und man hat umgerechnet an Vollformat ungefähr 35mm. Also wäre so meine Empfehlung so 20, 23mm, 30mm. An der Sony A6400 habe ich dran das Sigma 30mm. Benutze ich auch sehr sehr gerne in dieser Kombination. Dann bin ich umgerechnet bei 45mm. 28, 45 ist jetzt schon ein rechter Unterschied. Das ist ein bisschen persönliche Präferenz. Kann ich dir nicht abnehmen. Aber so irgendwas in diesem Bereich. Die Sigma Objektive. Die Wildrocks Objektive. Da gibt es diverse andere Hersteller. Und da gibt es natürlich auch die Original Objektive. Gerade bei Fuji natürlich auch sowieso. Die haben ja auch eigentlich alle gängigen Festbrennweiten. Auch direkt von Fuji mit dem entsprechenden Preisschild dran. Ich habe Reviews gemacht. Zum Beispiel Wildrocks für Fuji. Und da hat auch mal ein bisschen gesagt, was da so. Ob das gut ist oder nicht. Ob man das Original nehmen sollte oder nicht. Zum Beispiel haben die Originale bei Fuji teilweise Wetterfestigkeit. Meiner Meinung nach ziemlich übertrieben. In der Regel. Also klar ist gut. Nehme ich gerne. Aber wie oft fotografiert man wirklich im strömenden Regen. Und wie oft geht dann die Kamera kaputt. Weil das Objektiv nicht wetterfest ist. Also bei mir noch nie. Aber das heißt nicht, dass es nicht passieren kann. Muss jeder ein bisschen Selbstwissen. Also sowas in dem Bereich so zwischen 23 und 35 Millimeter. Oder wenn du sagst, du willst vor allem Portraitfotografie machen. Und hast eine APC Kamera. Dann ist halt sowas 50 Millimeter oder 56 Millimeter sehr charmant. Von Sigma und von Wildrocks gibt es 56 Millimeter 1.4. Das Wildrocks gibt es glaube ich für Sony, Fuji und Nikon. Nicht für Canon meines Wissens nach. Das Sigma gibt es für Sony und für Canon. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Und was Vergleichbares gibt es von Fuji natürlich auch. So dass man da also sich das rauspicken kann. Was man halt haben möchte. 56 Millimeter ist umgerechnet an Vollformat ungefähr 85 Millimeter. Und 1.4 oder 1.8 an der Lichtstärke ist dann auch sehr lichtstark. Man kann den Hintergrund unscharf machen. Man kann bei wenig Licht arbeiten. Das sieht dann schon richtig richtig gut aus. Und auch so ein bisschen so dieser Profi-Foto-Look, den man ein bisschen haben möchte mit unscharfem Hintergrund. Häufig mit schönem Bokeh und so weiter. Also macht schon Spaß. Wird man wahrscheinlich sich mal ausleihen oder sogar kaufen wollen. Believe you me. You want this. Also muss natürlich jeder selbst wissen. Aber wenn du viele Portraits machen möchtest, wirst du früher oder später da landen. Und dann natürlich so ein ganz wichtig, so ein Allround-Zoom. Persönlich habe ich überhaupt keine Kit-Objektive. Kauf ich nie. Weil die in der Regel, die Kosten in der Kamera kostet dann 50 Euro mehr oder 100 Euro mehr. Bei Fuji ein bisschen mehr. Dann ist das Objektiv ein bisschen besser. Aber du bezahlst 50 Euro für das Objektiv. Dann kannst du nicht das gleiche erwarten wie ein 500 Euro Objektiv. Das ist halt natürlich so ein bisschen so. Deswegen wäre meine Empfehlung da. Und das geht halt zum Glück heutzutage. Ich filme jetzt mit der A7S III mit dem 24-70-2.8. Das ist so das Profi-Werkzeug, was fast jeder Profi-Fotograf hat. Weil das so flexibel ist und man alles damit machen kann. So das Allround-Werkzeug halt. Das gab es bislang nicht in APS-C. Vorsichtig. Wenn ich das jetzt sage, schreiben ganz viele, doch es gibt doch dieses und jenes gerade von Fuji. Nein, gibt es nicht. Ganz wichtig, ein Vollformat Blende 2.8 ist nicht das gleiche wie ein APS-C Blende 2.8. Ein Stück weit schon, aber nur ein Stück weit. Wir haben ein ausführliches Video gemacht zum Thema APS-C gegen Vollformat. Ich verlinke das am Ende vom Video nochmal, wo wir das ausführlich erklären. Das ist das Video mit dem Flipchart, wo wir es ausführlich erklären. So. Was es aber gibt, es gibt mehrere. Für die verschiedenen Systeme gibt es sowas in der Größenordnung 1750 oder 1650, 1755. So in diesem Bereich Lichtstärke 2.8. Das heißt, du hast ein nicht starkes Objektiv, das immer drauf sein kann, mit dem du so ein bisschen so kind of alles machen kannst. Mit dem du ein bisschen freistellen kannst. Mit dem du eben, wie gesagt, im Wohnzimmer bei wenig Licht arbeiten kannst. Als Reiseobjektiv, Reisezoom, super flexibel. Kostet nicht mehr die Welt. Von Tamron gibt es verschiedene Varianten davon. Von Sigma gibt es halt eben was. Von Sony gibt es was. Von Fuji gibt es natürlich was. Das würde ich tatsächlich, wenn du jetzt überlegst eine Kamera zu kaufen. Jetzt Black Friday und so weiter. Mach dir mal einen Warenkorb und pack deine Kamera da rein. Egal welche. 6400. Und dann das Sigma oder Tamron Objektiv dazu. Das Paket. Oder halt die Fuji und das Paket. Weil das wirst du haben wollen früher oder später. Leiste dir eventuell mal aus, wenn du die Möglichkeit hast. Also das kann ich sehr, sehr empfehlen. Kann man nicht auch Vollformat anschließen. Gerade die Sony-User, die haben die Möglichkeit. Tamron hat das, was ist das? 2875 glaube ich. 2.8 und Vollformat. Das kann man natürlich auch in APS-C benutzen. Das machen auch viele. Das weiß ich. Kenne ich mehrere, die das machen. Das ist dann interessant, wenn du Vollformat und APS-C Kamera hast. Kaufst du nur das eine Objektiv. Nicht vergessen, du hast dann nicht 28mm APS-C, sondern hast dann halt eben 45mm oder sowas. Also du bist dann halt nicht sehr weitwinklig. Aber dafür hast du ein bisschen mehr Tele. Also das kann schon eine Option sein. Ich will nicht sagen, dass es falsch ist. Wenn du nur APS-C machen willst, dann würde ich das nicht machen. Wenn du viel Landschaftsfotografie machen willst, dann halt eben ein super Weitwinkel. Das kann eine Festbrennweite sein. Ich habe jahrelang fotografiert mit dem 12mm Samyang für Sony. Das gibt es aber zum Beispiel auch für Fuji. Ja, super klein, kompakt. Kann man viel mit machen. Alternativen Zoom, so 10, 16 oder sowas in der Größenordnung. 11, 16, wie auch immer. Gibt es in der Regel auch von Drittherstellern in verschiedenen Varianten. Das kann man natürlich auch machen. Ist mal ein bisschen flexibler in der Landschaftsfotografie. Optional ein Tele. Das muss kein super Tele sein. Es sei denn, du weißt, was du machen willst. Wenn du weißt, du willst auf Safari gehen, du musst 600mm haben. Okay, dann weißt du das. Aber es gibt zum Beispiel von Sony, was ist das? 70, 350. Sowas ähnliches gibt es dann halt auch für Infinicon. Man kann die Kamera gleich mit so einem Doppelzoom-Kit kaufen. Sony habe ich gesagt. Fuji gibt es das natürlich auch. Also diese kleinen, kompakten Zoom, die nicht sehr lichtstark sind, mit denen man aber schon sehr viel machen kann. Würde ich zumindest mal mit den Warenkompakten mal drüber nachdenken. Nutze ich selbst nicht. Habe ich auch keins von. Ich habe aber für Vollformaten 100, 400. Auch nicht super lichtstark. Aber es ist halt klein und kompakt. Als Landschaftsfotograf perfekt. Klein genug und leicht genug, dass ich es auch mitnehme. Und hin und wieder braucht man das mal und hat man es dabei. Alternativen 70, 200. 70, 200 F4, nicht 2, 8. Das F4er ist deutlich kleiner, leichter, günstiger als die 2, 8er Version. An Landschaftsfotografie völlig ausreichend. Da wird man sowieso mit Blende 8 oder sowas arbeiten. Für Tiere sowieso ein Kompromiss. Also kann man auch den Kompromiss machen. Weil das 2, 8er kostet über 2.000 Euro. Und das wird man meistens nicht so hier an die Kameras dazu kaufen. Deswegen kann das eine Option sein. Gerade vielleicht auch gebraucht. 70, 200er F4 gebraucht. Wenn du da mal ein Schnäppchen machst, würde ich zuschlagen. Habe ich aktuell keins von. Habe ich aber schon öfter gehabt. Aber ich habe zwei 70, 200er 2, 8. Und das Sigma 100, 400 für Sony in dem Fall. So, das waren so ein bisschen die Objektive. Ich hoffe, das war ein bisschen nachvollziehbar. Es gibt natürlich diverse andere Objektive. Gerade im Sony-Bereich. Ich weiß ich, ganz viele haben dann irgendwelche anderen. Und so 16, 70 und so weiter. Das sind alles ein bisschen alte Objektive, die halt auch, würde ich sagen, nicht mehr mithalten können mit dem neuen Sigma. Gerade Sigma Tamron. Also gerade Sony sind halt ein bisschen sehr gut gestellt. Die haben halt den dankbaren Bereich. Weil dieses Allround-Zoom, das wäre das Wichtigste für mich. Ganz ehrlich. Das ist bei Nikon im Moment ein bisschen schwierig. Weil das Kit-Objektiv ist nicht schlecht für ein Kit-Objektiv. Aber es hat halt nicht Lichtstärke zu geachten. Lichtstärke ist alles. Also ich kaufe ein großes, teures Auto mit ganz wenig PS. Trotzdem ein großes, teures Auto mit allen Luxusfunktionen. Aber es fehlt halt ein bisschen die PS. Es fehlt ein bisschen der Spaß. Es fehlt ein bisschen die PS. Und Lichtstärke ist alles in der Fotografie. Nicht alles in der Fotografie, aber ist schon ein Thema. So. Nachdem wir das alles so ein bisschen abgehandelt haben, was sind denn jetzt so ganz konkret meine Top-Empfehlungen? Ich gebe mal der Reihenfolge nach. Nikon, wie gesagt, die Z50 kann ich sehr empfehlen. Habe ich eine Review dazu gemacht. Habe ich sehr davon geschwärmt. Meiner Meinung nach aktuell die beste Usability in der APS-C-Klasse. Ich hätte gerne einen Joystick natürlich. Aber davon ab alles andere finde ich sehr, sehr gut. Liegt super in der Hand, hat alle Buttons und so weiter. Habe ich gesagt. Die Sony hat mit ganz klarem Abstand die schlechteste Usability. Hat aber das beste Ökosystem drumherum. Also da gibt es die meisten Objektive für. Von allen Drittherstellern bauen hierfür Objektive. Es gibt einen riesigen Gebrauchtmarkt. Man kann sehr, sehr gut Vollformat und APS-C-Objektive kombinieren. In allen Varianten und so weiter. Hiermit ist man am flexibelsten. Aber die Usability ist halt echt grottenschlecht. Also das ist keine Kamera, die ich nehme, weil sie Spaß macht. Sondern weil sie gut ist. Die nehme ich, weil sie Spaß macht. Und trotzdem gut ist. Die ist ein Tick besser meinetwegen. Autofocus auf jeden Fall besser. Aber ich habe halt viel mehr Spaß damit. Das muss jeder ein bisschen selbst wissen. Ich habe zu beiden Reviews gemacht. Fuji ist ein bisschen schwieriger. Weil ich habe gesagt, die kostet über 1000 Euro. Gehört hier eigentlich gar nicht hin. Es gibt natürlich Alternativen unter 1000 Euro. Die XT30, XE4 und wie sie alle heißen. Habe ich hier selbst nicht mitgearbeitet. Kann man sich angucken. Generell ist Fuji so ein bisschen eher teuer. Dafür haben sie halt so diesen, die kauft man halt, weil man diesen Retro Charme mag. Den mag man oder den mag man nicht. Der ist ja nicht gut, sondern der ist halt was, was man haben möchte, weil man das mag. Also Usability ist hier natürlich eine ganz andere Hausnummer als bei der Sony. Aber die ist ja auch so ein bisschen das Schlusslicht. Canon habe ich mich ein bisschen vorgedrückt. Das Problem ist bei Canon so ein bisschen, die haben halt so ein bisschen das Problem, die haben Spiegelreflex, kommt irgendwie nichts mehr. Ist ein bisschen am Aussterben, auch wenn sie es nicht zugeben. Dann haben sie das EOS M-System, also APS-C mit eigenem Anschluss. Dann haben sie die neuen Kameras Vollformat mit dem RF-Anschluss, wo vielleicht irgendwann auch mal eine APS-C Kamera kommt. Man weiß es nicht. Deswegen tue ich mich da sehr, sehr schwer. Das System passt halt für mich überhaupt gar nicht im Moment. Die bedienen den Profimarkt extrem gut. Also meiner Meinung nach ganz, ganz vorne dabei. Also Canon R5 ist wahrscheinlich die beste Allround-Kamera, die es aktuell gibt. Aber im Einsteigerbereich seit Jahren stiefmütterlich. Ich bin ein alter Canon-Fan. Ich bin mit Canon groß geworden. Ich wäre gerne bei Canon geblieben. Aber, ja gut. Das heißt nicht, dass die M6, M50, wie sie alle heißen, das heißt ja nicht, dass sie schlecht sind. Die haben auch gute Kompaktkameras. Aber ISO-Rauschen ist schon nicht dasselbe. Das Ökosystem ist nicht dasselbe und so weiter. Da tue ich mich ein bisschen schwer mit, das zu empfehlen. Aber wie gesagt, das heißt nicht, dass sie schlecht sind. Was ist mit Kompaktkameras? Ich habe jahrelang eine Sony-Kompaktkamera dabei gehabt. Über die Jahre dann halt immer neuere. So gerade so als Reisekamera oder zum Bergwandern oder sowas immer dabei. Klein, kompakt und so weiter. Das Problem ist, dass die Handys so gut geworden sind, dass ich seit Jahren die anderen nicht mehr mitnehme. Ich weiß gar nicht, wo sie ist. Ich habe sie vorhin gesucht und nicht gefunden. Irgendwo wird sie sein. Die X100, weiß ich nicht. Drei, vier, fünf, weiß ich nicht mehr. Also schon ein paar Jahre alt. Wie gesagt, nutze ich nicht mehr. Kann ich auch wirklich nicht mehr empfehlen. Weil das ist eine Kamera, die kostet dann deutlich über 1.000 Euro, die aktuelle. Ja, es ist halt klein und kompakt, aber für die ganzen Schnappschüsse ist egal. Nimm das Handy. Und für die anspruchsvollen Fotos nimm lieber sowas. Deswegen tue ich mich ein bisschen schwer mit Kompaktkameras. Und wie gesagt, ich benutze keine mehr und ich empfehle die auch eigentlich nicht mehr. Außer für Leute, die halt einfach nicht fotografieren wollen, sondern mehr müssen oder ein bisschen Spaß daran haben, aber die sich mit der Technik nicht auseinandersetzen wollen. Die wollen keine Objektive wechseln. Die wollen eine Kamera haben im großen Zoom-Bereich und wollen halt nicht wechseln. Ja, den Markt gibt es natürlich und den wird es auch weiter geben. Da kenne ich mich einfach nicht gut mit aus. Muss ich ein bisschen dazu sagen. Deswegen kann ich da keine guten Empfehlungen geben. Es gibt natürlich noch andere Systeme, also Micro Four Thirds und so weiter und so fort. Kann man natürlich auch machen. Ich will jetzt gar nicht schlechtreden an dieser Stelle. Persönlich bin ich halt, würde ich immer sagen, APS-C oder Vollformat. Ich empfehle kein Mittelformat. Ich empfehle keine Leica. Natürlich sind die Leica-Kameras auch gut. Natürlich sind die Mittelformat-Kameras auch gut. Ob Preis-Leistung da noch stimmt, muss jeder ein bisschen für sich selbst wissen. Und kenne ich mich auch nur ganz am Rande mit aus. Muss ich natürlich auch sagen. Wie immer, man kann nicht alles im Detail kennen. Ich hoffe, das war ein bisschen hilfreich und nachvollziehbar als Überblick. Wie immer, wenn du irgendwas Spezielles machst, wenn du vor allem Tierfotografie machst, hast du andere Ansprüche, als wenn du einfach nur deine Familie zu Hause fotografieren willst, als wenn du vor allem anspruchsvolle Landschaftsfotografie machen möchtest. Aber ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen. Und ansonsten gibt es auf meinem Kanal ja ganz, ganz viele Videos, die vertiefen sowohl zu der Technik als auch eben zu den angesprochenen Kameras. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Das ist ein bisschen das Problem an der Sache. Ich hoffe, ich habe nicht zwischendurch so viel, ich weiß es mal nicht so. Ich hoffe, ich habe nicht so viel gehustet nebenbei. Die Nase hochgezogen. Kann doch nicht so viel. Also, ganz viel Spaß bei deiner Black Friday oder Weihnachtsshopping oder wann auch immer du shoppen willst oder nicht willst. Bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Und es gibt ein zweites Video. Kameras über 1000 Euro.